Okay, wir kommen dann jetzt zu unserer nächsten Vorstellung, Herrn Karol Martens. Und Herr Martens ist also zunächst mal operationstechnischer Assistent geworden an der MAH. Das ist eine Weile her und dann hat er sich für Betriebswirtschaft angefangen zu interessieren. Er hat das berufsbegleitend quasi gemacht, so wie ich das hier verstehe. Er ist ein Bachelor für Betriebswirtschaftslehre und bald Master für Gesundheitsökonomie. Das finde ich sehr beachtlich, alles neben Ihrer Tätigkeit hier an der MAH, so geht das zumindest hervorher, sehr beachtlich. Und jetzt sind Sie Nachfolger geworden von Herrn Schließke und wir freuen uns sehr auf Ihre Präsentation. Ja, vielen Dank und guten Abend. Ich muss mich kurz noch ein bisschen ausbreiten hier und dann geht es auch sofort los. Vielen Dank für die einleitenden Worte, auch für die Einladung heute für die Pflege sprechen zu können. Ich bin nicht neu an der MAH, ich bin schon 15 Jahre hier, aber ein neuer Kopf in meiner Position als Pflegedienstleitung. Und ich habe letztes Jahr von meinem Vorgänger Martin Schließke den Pflegebereich 3 quasi komplettiert und unter anderem den Bereich HTTG mit übernommen und meinen ersten Schritt quasi in den Transportationsbereich damit gesetzt. Heute bin ich zuständig für über 300 Mitarbeitende bei uns oder in meinem Pflegebereich. Und wie das so ist in neun Bereichen, gilt es zuerst, sich zu orientieren, den Bereich zu verstehen, bevor aktiv gestaltet wird. Und die Ausgangssituation in der Pflege ist natürlich nicht einfach. Es gibt viele Herausforderungen und eines der Hauptthemen ist natürlich die ständige Mangelverwaltung in der Pflege. Die hohe Arbeitsbelastung will ich auch nicht, sag ich mal, verschweigen, die ist auch da. Und natürlich die gesundheitspolitischen Faktoren, die uns im täglichen Geschäft, sag ich mal, auch einiges erschweren können. Es ist aber meine Aufgabe als Pflegedienstleitung, das ist meine aktuelle Tätigkeit, mich den Herausforderungen zu stellen, lösungsorientiert anzusetzen und auch Perspektiven für die Pflege zu schaffen. Visionen. Visionen sind ein hilfreicher Pfad, um Perspektiven aufzuzeigen. Sie sind das Herzstück für Erfolg und wichtiger Impulsgeber für unser Handeln. Also es beginnt mit einer Mission, dem Auftrag der MAH und natürlich begründet auf den Werten, für die wir stehen. Gefolgt von der Motivation, welcher Antrieb unser Handeln bestimmt. Daraus können Strategien entwickelt werden, wie wir unsere Ziele erreichen und welche Aktionen dafür erforderlich sind. Die Realität sieht aber anders aus. Und ja, die Arbeitsbedingungen sind momentan nicht optimal. Aber ich bin sehr bestärkt darin zu wissen, dass die Pflege großes Potenzial hat, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Potenzial, welches wir fördern müssen. Potenzial, um unsere Probleme anzugehen. Das ist keine One-Man-Show von mir und auch nicht von meinen Leitungen. Das kann nur als Teamleistung geschafft werden und auch nur über Berufs- und Abteilungsgrenzen hinaus. Was bedeutet das für die Pflege heute? Für mich ist es wichtig, quasi im Austausch mit den Pflegenden zu stehen. Vor Ort zu sein, an Teambesprechungen teilzunehmen oder auch mal das Flurgespräch zwischendurch. Nur so kann ich erfahren, was die Pflege bewegt. Und so kann ich auch nur sicherstellen, dass die Visionen, die wir haben, keine Illusionen sind. Auf St. 12 in meinem Bereich, da wo zum Beispiel die Lungentransplantierten versorgt werden, ist mir gut vermittelt worden, welcher Anspruch in der Transportationspflege im Vordergrund steht. Nämlich qualitative und damit gute Pflege leisten zu können. Die Versorgung von Transportationspatienten ist sehr komplex und anspruchsvoll, das wissen wir alle. Aber um unsere Qualitätsansprüche zu erfüllen, wird es hier nicht reichen, die Lücken in den Stellenplänen, die wir in der Pflege haben auf den Stationen, allein quantitativ zu füllen. Das wäre nämlich viel zu kurz gedacht. Im Wettbewerb um die besten Leute, um das beste Personal, sollten wir vor allem als Universitätsklinikum unseren Fortschritt als Vorteil nutzen und qualitativ ansetzen. Der Pflegeberuf an der MAH soll dabei keine Einbahnstraße darstellen. Es geht nicht darum, um das bloße Abarbeiten von täglichen Routinen in der Pflege. Pflege ist viel mehr und sollte mehr Raum bekommen für Innovation und Profession. Genau, ein potenzielles Feld ergibt sich definitiv in der Transportationspflege. Als ich letztes Jahr von meinem Vorgänger Martin Schließke den Bereich übernommen hatte, habe ich auch zudem noch eine AG übernommen, die Initiative Transportationspflege. Die ist ein sehr junges Gremium mit dem Ziel, eine interdisziplinäre Vernetzung der Pflege zu erreichen, der Kliniken, die damit verbunden sind und alle Akteure der Transplantationsmedizin da auch mit einzubinden. Daraus sollen Synergien gebildet werden und auch die fachliche Expertise gefördert werden. Die Struktur unserer AG ist in vier Sektionen geteilt oder eingeteilt. Wir haben da zum einen das Feld der Patientenedukation, die Fachweiterbildung bzw. Qualifikation, die psychologische Betreuung, die heute auch sehr wichtig ist, nicht nur der Patient, sondern auch der Angehörigen und die Öffentlichkeitsarbeit. Wie die AG arbeiten sollte, war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Sodass wir erstmal den Kurs festgelegt haben und für uns überhaupt wichtig war, um arbeitsfähig zu werden, die Sektion Fachweiterbildung und Qualifikation zu priorisieren. An erster Stelle steht also die Förderung unserer Experten in der Pflege als zukünftiges Fundament der AG und auch als Wegbereiter für die Professionalisierung der Pflege. In der AG sollen nämlich qualitative Versorgungsstrukturen geschafft werden für die Zukunft und das nicht als Top-Down aus dem Pflegemanagement vordiktiert quasi, sondern von den Experten aus der direkten Patientenversorgung vor Ort. Noch sind die Teilnehmenden in unserer AG überwiegend aus der Leitungsebene. Das soll sich aber bald ändern. Unterstützung erfahren wir aber auch von anderen, aus anderer Stelle, nämlich aus dem Transportationszentrum. Und da möchte ich auch an die Unterstützer ein großes Dank an dieser Stelle aussprechen. Das ist halt sehr wichtig für uns auch, dort vernetzt zu arbeiten. Aber in der Zukunft, wie gesagt, sollen die Hauptdarsteller nicht unsere Leitungen sein, sondern die Experten vor Ort. Die Performance soll von der Pflege kommen. Zum Beispiel als Teil eines gedachten Shared Governance-Kultur-Visionsprojekts. Aber wer sind unsere zukünftigen Experten in der Pflege? Wir möchten auf zwei Feldern aktiv werden. Zum einen auf dem Weg unseres Angebots für Weiterbildungen und auf einem neueren Weg, wo es Richtung Akademisierung der Pflege geht. Die Weiterbildung Transplantationspflege erfolgt in einem klassischen Theorie-Praxisverbund und dauert zwei Jahre. Dort wird Spezialwissen zur Organspende vermittelt. Da geht es los von Ethik, Fragen über rechtliche Angelegenheiten bis zur Langzeitnachsorge unserer Patienten. Aktuell haben wir dort einige Teilnehmer im Kurs. Die sind auch dieses Jahr im Spätsommer fertig. Und sie bilden dann wichtige Multiplikatoren in der direkten Praxis, um auch alle Pflegenden quasi auf dem neuesten Stand zu halten und auch in der Transplantationspflege die spezielle Expertise voranzutreiben. Das Feld der Akademisierung ist neu in der Transplantationspflege oder wird neu aufgebaut. Wir möchten dazu eine zentrale Rolle implementieren, die quasi den Grundstein dafür legt. Es geht hier um eine Rolle, die nennt sich Advanced Practice Nurse, abgekürzt APN. Das sind Spezialisten für spezifische Patientengruppen mit hohen Versorgungs- und Behandlungsbedarf, also definitiv Transplantationspatienten als Gruppe. Das sind Masterstudierte im Bereich Pflegewissenschaften zum Beispiel, die evidenzbasiertes Pflegehandeln in die direkte Patientenversorgung integrieren. Das ist ganz wichtig, dass es hier um direkte Patientenversorgung geht und nicht irgendwelche Weckakademisierung vom Bett. Dazu haben wir in der Maha sogar ein spezielles Trainee-Programm. Hier werden schon die angehenden APNs quasi im Laufe des Masterstudiums herangeführt an die Rolle, sodass wir direkt nach Abschluss des Masterstudiums durchstarten können. Das hat sich bereits in einem anderen Bereich von mir, in der Neurochirurgie, sehr bewährt, in einem anderen Zentrum, im neuro-onkologischen Zentrum. Dort haben wir schon seit Jahren eine APN implementiert und wir profitieren heute ungemein von der Expertise beziehungsweise aus den Ergebnissen, die in der Zusammenarbeit entstanden sind. Also ein Zentrum, jetzt im Rahmen Onkologie, wo schon sehr viele Erfahrungen gesammelt worden sind. Ja, also die APN wird eine wichtige Schlüsselposition werden im Gremium, in der Koordination der Transplantationspflege und auch ein wichtiger Schritt Richtung Akademisierung und Innovation in der Pflege. Der Wissenschaftsrat hat damals schon vor zehn Jahren gefordert, eine Quote von 10 bis 20 Prozent in der Pflege zu erreichen. Ich selber finde das sehr wenig, aber wenn wir heute, zehn Jahre später schauen, sind wir immer noch in niedrigen, einstelligen Prozentsatz und das ist halt natürlich nicht sehr schön. Aber mit unserem Konzept als Hochschule, als Uniklinikum möchten wir da ein bisschen Vorreiter werden und auch gute Anreize für die Pflege setzen, auch neue Karrierewege zu beschreiten, um halt auch die Attraktivität für das Berufsfeld zu steigern. Die Konzepte können hier noch viel weiter gedacht werden, auch im Feld der Transplantationspflege. Ich denke da selber auch an Bachelor-Absolvierende aus der Pflegewissenschaft, die wir implementieren können mit neuen Tätigkeitsfeldern in der Pflege, mit neuen Herausforderungen, mit neuen Chancen, aber auch, wenn ich Richtung Intensivstation denke, sehe ich dort auch viel Potenzial, neue Felder zu begehen. Also es wird ein spannendes Feld für die Pflege, was noch auf uns zukommt. Genau, hier sehen Sie ein kleines Video, wo schon ein paar Akteure aus unserer Fachwalterbildung im Stationsalltag gesehen werden. Ich möchte aber quasi hier nochmal die Professionalisierung der Pflege in den Vordergrund als unsere zentrale Vision vielleicht auch positionieren, denn es gilt wirklich, neue Begeisterungsfaktoren für die Pflege zu schaffen, mit neuen Herausforderungen, mit neuen tollen spannenden Aufgaben. Und zusammenfassend möchte ich symbolisch, weil wir ja auf den dritten Advent zugehen, nochmal die drei Punkte, die drei Visionspunkte als symbolische Adventskerzen zünden, wo es darum geht, halt erstmal im Bereich der Pflege eine Interdisziplinarität herzustellen, mit allen verbundenen Kliniken in der Pflege, sich als gemeinsame Stärke zu erkennen und auch so zu agieren. Als zweite Kerze habe ich da die Professionalisierung der Pflege, leider ist das G verrutscht, aber nicht so schlimm, es geht da wirklich darum, neue Maßstäbe zu setzen, mit neuen Berufsfeldern und neuem Engagement. Und zu guter Letzt appelliere ich an alle, die in der Transplantationsmedizin aktiv sind, alle Berufsgruppen, alle Beteiligten von Ärzteschaft bis Pflege zusammenzuarbeiten, die Interprofessionalität nach vorne zu bringen, sodass wir auf Augenhöhe gemeinsam unsere Stärken nach vorne bringen und die besten Leistungen oder die besten Ergebnisse für unsere Patienten bringen. Vielen Dank. Herr Mann, das ist toll. Ich kann das alles unterschreiben. Ich finde das alles sehr gut, was Sie hier vorschlagen und hier präsentiert haben. Ich dachte, unsere Pflege ist schon sehr professionell, wenn Sie von professionellen Sicherungen sprechen. Aber es kann natürlich immer alles noch weiter gesteigert werden. Und ich glaube, dass das Feld Transplantationsmedizin tatsächlich auch ein, wie nennen Sie das, Begeisterungsfaktor, das Wort von, finde ich sehr gut, sein kann. Und dadurch entsteht natürlich noch eine bessere Interprofessionalität. Das finde ich auch sehr gut. Ich frage mich, wenn wir Sie jetzt nach dem dritten Advent eingeladen hätten, hätten Sie dann noch einen vierten Punkt gebracht? Weil Sie haben das ja mit dem dritten Advent in Verbindung gebracht. Vielleicht prüfen wir das nächstes Jahr. Dann machen wir das nach dem dritten Advent.